Wenn es einfach schneller gehen muss, einfach die VarioSpeed-Funktion aktivieren. Der Backofen verstärkt augenblicklich die aktuelle Heizart durch das Zuschalten der integrierten Mikrowelle. Auf diese Weise ist das Gericht in bis zu 50% der gewohnten Zeit fertig. So ist Ihr Backofen immer so schnell, wie Sie wollen. Bei garantiert gleicher Qualität.